Hallo liebe Gitarrenfreunde, ich bin der Bernie Gryph in der Gitarrenabteilung. Ich zeige euch hier eine Gibson ES-335 Dot Reissue. Die Farbe ist ganz einfach Cherry. Das ist dieses schöne, satte Rot, wo man die Holzmasern drunter durchsieht. Die hat hier Rover-Type-Mechaniken drauf. Und eben Punkte im Hals. Dot Reissue, wie gesagt. Eine sehr schöne Gitarre für Blues, für Jazziges, für Rock, für Vintage-Rock-Style. Hat sehr viel Leben, sehr schöne Ansprache. Hört sich echt an. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Falls euch diese oder andere Gitarren bei uns interessieren, kommt ganz einfach vorbei. Wir würden uns freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Oder schaut euch hier auf unserer Homepage noch etwas die Videos an. Vielen Dank. Tschüss.